Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Sendungen. Heute im Studio Lara Hückstepp. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Sendung 2017. Ich begrüße Sie heute zu unserer neuen Sendung. Heute mal wieder aus unserem Jugendclub in Bad Klein. Wir Schüler der Regionalschule am Florianer See in Bad Klein produzieren das Fernsehprogramm für die verschiedenen Netze, sowie für das Internetfernsehen. Unsere Sendung ist von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend laufend zu sehen. Die Sendegenehmigung hatte einmal vor allem Bad Klein erfolgt. Heute bin ich, Lara Hückstepp, für den Inhalt der Sendung verantwortlich. Die Kamera und der Ton waren der Verantwortung von Julia und Sandra. Was haben wir heute im Programm? Nachrichten aus Bad Klein. Die Sozialministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Stefanie Drese, war in Bad Klein und brachte einen Bewilligungsbescheid über 64.000 Euro mit. Julia Mannero und Lea Eileen Kölns waren am vergangenen Sonnabend in der Mehrzweckhalle von Bad Klein. Und was dort los war, sehen Sie in dem Beitrag. Jetzt aber erst zu den Informationen aus der Region. Die Notfalltelefonnummern vom Kabelnetzbetreiber Bad Klein. Das Zweckverband ist Wismar und der Wemerkunst in Stellen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zweckverband Bismarck Zweckverband Bismarck Zweckverband Bismarck Nun habe ich unsere Nachrichten aus Bad Klein vorliegen. Beim Arbeitslosenverband war mal wieder hoher Besuch angesagt. Ministerin Drese war diesmal ein gern gesehener Gast. Danach habe ich den Beitrag von der Jugendwelt 2017 aus der Mehrzweckhalle von Bad Klein. Die Regie und die Kamera waren in den Händen von Julia Mannero als Redakteurin. Hallo, heute berichte ich aus Bad Klein aus dem Arbeitslosenverband. Die Kamera war in den Händen von Julia Mannero. Sie sehen jetzt meinen Beitrag. Herzlich Willkommen in Bad Klein. Sie arbeiten ja beim Sozialministerium. Wie ist eigentlich der Arbeitstag da? Ja, herzlich Willkommen. Also vielen Dank für das herzliche Willkommen. Das Ministerium heißt genau Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung. Ich habe also diese drei Themen zu verantworten. Und heute beispielsweise war mein Arbeitstag so, dass ich heute Morgen in Güstrow bei einer Veranstaltung war. Da haben sich zum Thema Gleichstellung ganz viele Vereine und Verbände getroffen und beraten, wie Männer und Frauen im Arbeitsleben gleich behandelt werden können, wie man die fördern kann. Dann bin ich von da aus nach Wismar gefahren. Da ging es an der Uni mit jungen Frauen, die gerade ihr Studium beendet haben, darum, wie sie dann den Einstieg in den Beruf finden können. Und jetzt der Termin hier, bei dem es um Kinder und Familien geht. Ich bin also heute den ganzen Tag im Land unterwegs und gucke mich um, habe aber auch ganz oft Bürotage. Ich bedanke mich für das Interview und einen schönen Tag noch. Ich bedanke mich auch, auch einen schönen Tag. Oh, das war echt klasse. Ja, ganz. Nein, also es ist auch wirklich eine schöne Summe, mit der sich auch wirklich die Arbeit nie fortsetzen lässt. Es sind 64.223,96 Euro. Und Sie haben und kommen zu uns und wollen uns den Fördermittelbescheid persönlich übergeben. Darüber freuen wir uns ganz, ganz doll. Gemeinsam mit unseren Projektträgern stolz darauf sind, dass wir auf das eine oder andere heute zeigen wollten und sagen wollten, was ist zum Beispiel Frühe Hilfen bei uns im Land. Das ist ein Beispiel von vielen anderen. Aber das war eigentlich der Grund, warum wir auch die Beteiligten so kurzfristig hier an den Tisch geholt haben wie alle. Zeigt doch, wie groß das Interesse da ist, auch um sozusagen den Bereich. Eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen herzlichen Dank für den warmen Empfang hier auch. Also Mamas Rock Zippel klang ja schon sehr einladend, aber das ist wirklich gemütlich schön gemacht hier. Ich freue mich, dass wir das genau so organisiert haben. Nicht irgendwie steril in dem Büro diesen Fördermittelbescheid da überreichen, sondern uns wirklich auch einmal ein Projekt angucken. Es ist tatsächlich so gedacht, als Wertschätzung auch. Es kommt mir immer wieder zu Ohren, wie aktiv sie hier im Landkreis bei dem Thema Frühe Hilfen auch sind. Und deswegen passt das eben ganz gut, dass wir uns hier treffen und wir vielleicht auch noch Gelegenheit haben, dass sie kurz ein bisschen was genauer erzählen. Aber solche Dinge möchte ich dann doch gerne. Nein, also es ist auch wirklich eine schöne Summe, mit der sich auch wirklich die Arbeit gut fortsetzen lässt. Es sind 64.223,96 Euro. Ganz hervorragend. Und ganz üblich immer, möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, hinten die Rechtsbehelfsbelehrung. Erst wenn die wieder da ist, fließt das Geld. Wir freuen uns sehr, Frau Ministerin. Der Betrag wird in der Tat die Arbeit hier weiterhin absichern. Und wenn die Damen Ihnen hier auch gesagt haben, was hier im Einzelnen noch passiert und läuft, würde ich auch gerne nochmal auf Herrn Böllem, den Bürgermeister der Gemeinde, zu sprechen kommen. Weil Herr Böllem hier auch ein, sagen wir, Kontaktpunkt, ein Kristallisationspunkt mit, auch im Rahmen der Integration von jungen Familien, die im Bereich der Neuzugwandern zu kommen schafft. Und hier ist die Gemeinde Bad Klein verantwortlich. Die Eltern wussten nicht, mit denen kann ich in Kontakt treten. Ich bin hergezogen. Und daraufhin kam die Idee, dann wirklich ein Eltern-Kind-Café in Bad Klein zur Eröffnung. Wir haben durch den Arbeitslosenverband einen Träger gefunden, der sich dafür auch interessiert hat. Und dann haben wir begonnen und daraus ist jetzt vor zwei Jahren das Eltern-Kind-Café entstanden und jetzt das weiterführende Projekt eben ART. ART deshalb Acceptance, Respekt, Toleranz. Und da haben wir eben auch unsere neuen Mitbürger hier mit integrieren können. Und das kann Frau Schmidtke vielleicht nachher nochmal kurz berichten. Es klappt wunderbar. Die Kinder kommen auch am lieben Mittwochnachmittag zu uns in die Kita zum Sport. Da hat der Bürgermeister gesagt, okay, sie dürfen die Räumlichkeiten mit nutzen. Und dadurch ist wirklich ein Zusammenwachsen von allen Familien mit Migrationshintergrund und auch von deutschen Familien gewährleistet. Das war mein Beitrag. Und mit diesen Bildern gebe ich zurück in die Reaktion. Hallo, heute berichte ich aus der Vereinshalle in Bad Kleine bei der Jugendweihe 2017. Und was dort los ist, sehen Sie jetzt in meinem Beitrag. Liebe Eltern, Großeltern, werte Gäste, ich möchte Sie im Namen der Jugendweihe-Initiative zur Feierstunde Ihrer Kinder anlässlich der Jugendweihe recht herzlich begrüßen. Gestern noch die Pampers um den Po und heute ist der Tag gekommen, wo Sie den Schritt ins Erwachsenwerden machen wollen. Ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Tag und möchte Sie jetzt bitten, sich von den Plätzen zu erneben und Kinder zu begrüßen. Und wenn Sie die Pampers um den Kind , Sie können hier sehen, dann sehen Sie die Pampers um den Pfaffeln, und wir sehen uns einen schönen Tag und machen, das Sie sehen, wie wir Ihnen sehen, Ich wünsche Ihnen. horr DNS-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund-Kund. My teeth don't really wait in the mountains And I'm not proud of my dreams And in the turn of town And in the back of the day Also, wir sind noch einmal teilnehmer, liebe Eltern. Vom Veranstalter wurden wir gebeten, die heutige Veranstaltung, die vor zwei Jahren einmal wieder ein bisschen sportlich zu umarmen. Die Sportabfrobatin der TSG Lisma wünschen den Jugendwahlteilen alles Gute und wir zeigen Ausschnitte aus unserem Wettkampfbetrieb. Sehr geehrte Jugendbeier-Teilnehmer und Teilnehmerinnen, liebe Eltern, Großeltern und Verbande, liebe Gäste. Martin Luther steht vor Jahrzehnten mal goldene Webel für eine gute Webel nieder. Eine davon von uns ist gut. Sie lautet, tritt frisch auf, tu's Maul auf, hör bald wieder raus. Ich hoffe, ich werde wieder nachkommen, kann es aber jetzt noch nicht versprechen. Und der letzte Punkt in der eigenen Seite, wie Sie, ich hoffe, Sie unendlich lieben, geschaffen hat alles nachsteigen zu lassen. Ein Tag. Ein Tag, der vieles verändert. Und doch bleibt selbst noch ein Tag noch verändert. Ein Test, welches sich für den Moment erwachsen werden lässt und die dem Leben einen Abschnitt deutet, welcher das Erwachsenwerden einleitet. Eine Chance von nun an zu verstehen, dass man daran arbeiten muss, später eigene Wege zu gehen. Jeden Tag nicht zu erleben, sondern mit starkem Willen seine Kraft hingeben, um Erfahrungen zu erhalten. Welche letztendlich das Leben verweilen, das Glück nicht zu suchen, sondern mit Hose auf einmal zu rufen. Das ist ein Schritt in die richtige Welt, da jede frohe Gedanke dunkle Momente erhält. Nutze diesen wichtigen Tag als ersten Schritt und steh einfach wieder auf, wenn mich das Leben mal trägt. Niemand kann nur aufrecht stehen, er würde das wahre Leben nicht verstehen. Erwachsenwerden, das ist die Frage. Gegebe ich das nur an vielen Tagen. Susanne Lieker. Wen du brauchst. Einen zum Küssen und Augen zu binden. Einen zum lustige Sprecher finden. Einen zum Regenbogen suchen gehen. Und einen zum fest auf dem Boden stehen. Einen zum Brüllen, zu leise sein. Einen zum Lachen und einen zum Weinen. Auf jeden Fall einen, der ich mag. Heute und morgen und jeden Tag. Regina Schwarz. Die Jugendweihe erhalten. Hannes Hüttner, Simon Krabbeck. Die Jugendweihe erhalten. Lennart Stockmann, Maximilian Lütke. Die Jugendweihe erhalten. Leon Schobersen, Tobias Schwerin. Die Jugendweihe erhalten. Lena-Sophie Merteneit, Felix Henning. Die Jugendweihe erhalten. Lena-Sophie Merteneit, Felix Henning. Die Jugendweihe erhalten. Finkt Kapitze. Die Jugendweihe Erheilung Charlize Segner, Lina Kohlens. Die Jugendweihe Erheilung Robin Kiel, Marlon Kühn. Die Jugendweihe Erheilung Antonia Rutte, Kim Lara Kürz. Die Jugendweihe Erheilung Die Jugendweihe Erheilung Die Jugendweihe Erheilung Die Jugendweihe Erheilung Wie fanden Sie denn die Jugendweihe? Es war ganz toll gemacht. Wir haben ja unseren Hasi eingeschult mit der Jugendweihe. Eigentlich eingeschult. Jugendweihe gehabt und es war richtig super. Das Programm war schön gemacht. Die ganze Aufmachung war richtig ganz, ganz toll gewesen. Und was vom Programm fanden Sie am besten? Also ich fand am besten den Einmarsch, wie die Jugendlichen reingekommen sind. Und wie sie denn, die Tanzgruppen, die da waren, waren auch ganz toll. Ich bedanke mich für diesen Gespräch. Bist du jetzt froh, dass dein Enkelin ein Jugendweihe hatte? Ich bin sehr froh, dass mein Enkelkind Jugendweihe hatte. Und sie gehört jetzt zu dem Kreis der Großen. Und darauf bin ich sehr stolz. Das war mein Beitrag von der Jugendweihe im Bad Klein. An der Kamera war Julia Mann. Damit gebe ich zurück in die Redaktion. Und ich bin sehr stolz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Freizeit, Spaß, Party und Sport. Wer hat das nicht gerne? Jung sein bedeutet für dich auch Schule. Also verlier keine Zeit. Denn mit Geld spielt man nicht. Die Produkte der Aachen Münchner Versicherung erhalten Sie exklusiv bei mir. Manfred Stein, Buchenring 2 in Bad Kleine. Telefon 038 423 51444. Und nochmal. Mit Geld spielt man nicht. Telefon 038 423 51444. Freizeit, Spaß, Party und Sport. Wer hat das nicht gerne? Jung sein bedeutet für dich auch Schule. Also verlier keine Zeit. Denn mit Geld spielt man nicht. Die Produkte der Aachen Münchner Versicherung erhalten Sie exklusiv bei mir. Manfred Stein, Buchenring 2 in Bad Kleine. Telefon 038 423 51444. Und nochmal. Mit Geld spielt man nicht. Telefon 038 423 51444. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung. Wir hoffen, es war etwas Informatives für Sie dabei. Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erfolgreiche Zeit. Bleiben Sie gesund und schalten Sie zu unserer nächsten Sendung wieder ein. Sie wissen doch, von Sonnabend bis zum darauffolgenden Sonnabend sind wir mit diesem Programm laufend zu sehen. Ihr Lokalfanzidien der Regionalen Schule am Schmariner See. Man sieht sich. Ihre Lara, Sandra und Julia Mannorau. Und in der nächsten Woche ist Fais lange in diesem Platz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017